jo leute was geht willkommen zurück zu pokémon guten morgen gerade wurde announced es wurde tatsächlich quajutsu mit dem terra typ gift für den 27 januar bis zum 30 januar und 2 10 februar bis 13 februar den titan da freue ich mich sehr drauf ich glaube da freuen sich auch viele viele drauf ich weiß von meinem giveaway von quajutsu dass da jede menge leute bock drauf haben ich denke mal mit gift wir können bestimmt wieder die baldor taktik machen also psihopatra oder lamus auf wenn ich nicht gerne zugebe plus baldorfisch und dann schön kraftreserve und one hit machen das wird wieder ein schöner one hit raid den ich auf jeden fall auch komplett durchschieben werde bestimmt gibt es auch wieder pflaster und auch ein garantiertes pflaster ich kann das hier leider nicht lesen die den announcement gab es auch wieder nur in japan oh guck mal hier war das auch schon announced trifft zeppeli und trauen magil vom 20 januar bis 23 januar was ja dies ist dieses wochenende ne 45 sterne raids anscheinend alle terra typen da bin ich auch gespannt trifft zeppeli und trauen magil auch cool bestimmt wieder in verschiedenen versionen wenn ich tippen müsste ich kann es jetzt hier nicht lesen trauen magil in purpur und trifft zeppeli in carmesin weil trifft zeppeli kann man ja im purpur ja nicht fangen oder die haben es extra andersrum gemacht boah ist auch egal jedenfalls die beiden werden wir uns auch mal anschauen im stream wenn ihr da dabei sein wollt gerne kanal abonnieren wenn ihr hier nichts weiter verpassen wollt gerne kanal abonnieren ich würde mich sehr über ein like freuen und würde sagen bis zum nächsten mal haut rein